Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Auswandern nach Polen zu dem ersten 90-Sekunden-Short. Und zwar die 90-Sekunden-Shorts sind immer klitzekleine kurze Informationen. Und zwar die Information ist für das Video, morgen am Samstag, kann ich als Ausländer hier in Polen ein Konto öffnen und was benötige ich? Es tut mir wahnsinnig leid, dieses Video wird morgen nicht stattfinden, anstelle morgen wird es nächste Woche, Samstag, veröffentlicht im Chat. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es nichts geworden ist, morgen mit dem Video. Trotzdem abonnieren, ja, ein bisschen drücken, Daumen nach oben, kommentieren, freut sich mein YouTube-Algorithmus und ich mich auch. In dem Sinne, noch einmal, Schöpfläscher, Entschuldigung, Tschüss und du wirst nicht mehr.